Da hat sich hier eine leichte Bodenwelle herangeschubelt und die Jungs, die ziehen jetzt hier die Bunnyhops über diesen ersten Ball und Pack. Das muss man sich gleich gesehen haben, die Top 3, die setzen überhaupt nicht mehr an, an diesen kleinen Ball. Was, da brauchen wir, der Halles ist jetzt sofort zu übernehmen, wenn ihr noch in Ladiens-Lund-Ansicht. Aber hey, der kommt jetzt hier, schaut euch das an, das Motorrad führt gar nicht mehr so einfach auf die Stadt geraten. Und Johnny Walker ist stark, hängt hier dran an Alfredo Gomez, die leiten KTM-Werksfahrer. Spanien gegen Großbritannien. Und Johnny kommt außenrum durchs Tanzpaket, der Elendland-Funkter-Ausfall, Haro Gomez. Er ist sehr gut gefahren hier in dieser Sektion und konnte seine zweite Position locker behauen.